Top 11 ohne Abgänge, Arminia Bielefeld Edition. Wie immer in dieser Serie nur aktive Spieler, keine Leihspieler und wir bewerten immer die beste Saison des Spielers. Ortega wird dann im Tor stehen, keine Frage für mich, spielt aktuell Manchester City. Dann lassen wir Bielefeld im 4-3-3 spielen, beginnen mit dem linken Verteidiger Hartherz. In der Mitte haben wir Pieper von Werder Bremen und Nielsen von St. Louis und rechter Verteidiger Klaus von Olympique Marseille. Das Dreier-Mittelfeld bilden dann Hartl von St. Pauli, Demme von Neapel und Schöp von Vancouver. Und der Dreier-Stürmgang, linker Flügel Hack, aktuell Arminia, Klos in der Mitte auch aktuell Arminia und rechter Flügel Wimmer vom VfL Wolfsburg. Was glaubst du, würde diese Mannschaft in der 1. Bundesliga bestehen?